Wir sind schon öfters hier gewesen und wir kommen gerne zu den VR-Classics, weil Neumünster einfach ein tolles Ambiente bietet. Man merkt es auch in der Halle, da ist immer ein besonderer Flair und weil natürlich auch viele Reiter aus Holstein kommen. Und dann merkt man einfach, wie das Publikum mitgeht, so bei jedem Ritt und mitfiebert. Ich habe sehr viel Spaß, weil ich das von meiner Tante zum Weihnachten bekommen habe. Ich reite auch selber und ich finde das sehr interessant, wie die Pferde darüber springen. Dadurch, dass es die letzten drei Jahre nicht stattgefunden hat, sind wir natürlich froh, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Es hat uns halt gefehlt, ist immer ein Highlight gewesen und jetzt geht es einfach wieder los. Bis zum nächsten Mal.